Hallo, mein Name ist Philipp Lienhardt. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Wien. Ich fahre für Reiterscooters und Eoscooters. Das ist mein Autopark Hütterdorf. Da gibt es einen großen Bowl und einen Street-Bereich, der auch ganz okay ist. Die Rail-Street-Bereich ist ganz cool. Sie ist oben ein bisschen kurz, aber eh nice. Die Curbs sind auch nice für Lines und die kleine Freight Rail kann man auch ganz gut fahren. UNTERTITELUNG Wir haben einen Container hier im Park stehen, da ist die Claudia drinnen, das ist so Security und Park aufpassen, Zauber halten, die kleinen Kinder nicht rauchen lassen und den habe ich heute für euch gecampt. Untertitelung des ZDF, 2020